Jetzt kommt die Freiheit, ha? Ja, ja. Nach der Reha. Heike Schaal bringt Karl-Heinz Kreuzberg in eine Gastfamilie. Die Alternative zum Pflegeheim. Ich mach das total gern. Ich find das total spannend immer. Oft ist der Erstkontakt entscheidend. Je länger man das macht, umso mehr vertraut man dem Gefühl. Würde die zusammen passen? Was wünschen die sich? Der 92-Jährige hat sich eine junge Familie gewünscht. Ich wollte nicht ins Seniorenheim, wo ich dann den ganzen Tag auf dem Treppenabsatz stehe mit dem Rollstuhl. Ich wollte noch ein bisschen Leben haben um mich. Ich wollte nur noch einen Tag auf dem Weg. Hallo. Grüß Gott. In Herbolzheim wird er bei einer Familie Pro bewohnen. Da geht ja besser als einsteigen. Ja, wunderbar. Super. Super. Prima. Vater Klaus-Jürgen Weiß übernimmt die ersten Stunden mit dem neuen Bewohner. Seine Frau und die Kinder kommen erst mittags. Ist alles bereit? Das Bett ist heute Morgen gekommen. Die Schule ist heute Morgen gekommen. Okay. Und die Flasche, die Urinflasche, haben Sie nicht gebracht? Nee. Immer fehlt was. Sie haben gar nichts mitgebracht von zu Hause, oder? Nein, ich habe nichts mitgebracht. Noch nicht? Ich meine, das, was ich daheim habe, das ist ja für hier viel zu groß auch, nicht? Aber wir haben ja schon besprochen, dass noch ein Schrank oder Ihr Sessel. Und ich denke, da finden wir Lösungen, dass Sie noch ein paar Sachen mitbringen, wo Sie sich auch daheim fühlen. Aber da warten wir jetzt erst noch das Probewohnen ab, bevor wir jetzt Möbel durch die Gegend tragen, ne? Immer langsam. Ich habe hier den Arztbrief, die Krankenkassekarte. Das gehen wir nachher noch mal miteinander durch. Am Anfang ist viel zu regeln und manches passt noch nicht. Weiter, weiter, weiter komme ich halt nicht. Ja, aber wir wollen jetzt mal schauen, wie jetzt hier so die Griffhöhe wäre, wo wir hier an der Wand einen Griff hinmachen können, dass das besser funktioniert. Dann könnte ich aufstehen und könnte mich drehen und könnte mich hinsetzen. Das klinge. Gut. Lucy, geh mal beiseite. Wer Gastfamilie werden will, muss keine behindertengerechte Wohnung haben. Wo es klemmt, wird mit der Zeit nachgebessert. Ich denke, sie ist stark. Da kriegen wir alles hin. Ups. Bedingung ist, ein freies Zimmer, genügend Zeit und die richtige Motivation. Vor allem aber muss die Chemie stimmen. Und beide Seiten müssen den Mut haben, sich auf Neues einzulassen. Die Initiative ging von meiner Frau aus. Aber ich sag mal, ich hab da jetzt Stand der Sache aufgeschlossen gegenüber. Und jetzt haben wir erst mal die zwei Wochen Probezeit. Und dann schauen wir mal, wie es läuft, ne? Ja. Kann ja sein, dass Sie sagen, den bin ich nicht. Das Risiko haben Sie auch, ja. Genau. Kommt es öfters vor, dass man sich dann umentscheidet? Nicht öfters. Ich sag, wenn das erste Kennenlernen ganz eindeutig war, dass so viel Sympathie da war, dann haben wir schon mal ganz gute Chancen. Wieder ist es natürlich, wenn eine Seite Ja sagt und eine Seite Nein sagt. Aber auch das gibt es halt immer mal wieder. Aber bei uns kann man testen. Die meisten, wenn sie ins Pflegeheim gehen, testen nicht. Ich finde das toll, dass sie sich so was noch zumuten. Zusätzlich zu den drei Kindern. So einen alten Getti wie mich, der kaum noch schnaufen kann. Noch aufzunehmen und zu pflegen. Ich finde das toll. Sie sind jetzt auch nicht so unfit, ne? Und ich sag mal, bringt ja auch für die Kinder was. Die drei haben nämlich keine Großeltern vor Ort. Eine Oma lebt in der Ukraine, ein Opa in Bremen. Hallo Johann. Hallo. Vielleicht kann Karl-Heinz Kreuzberg ein guter Ersatz-Opa werden. Hallo. Ist es die Frage, ob man das mit den Medikamenten jetzt machen oder ob sie erst etwas zu essen machen möchte? Mir liegt das als Hausfrau am Herzen. Und ich denke, ihre Kinder haben wahrscheinlich auch Hunger. und ihr Mann und sie. Genau, weil dann sprechen wir das nachher noch in Ruhe durch. Oksana Weiß arbeitet auch noch Teilzeit in der Altenhilfe. Essen Sie gerne Tomaten-Mozzarella? Ich habe noch nie gegessen, aber ich esse es. Das Modell Gastfamilie begeistert sie. Trotz Kinder und Job, sie will es versuchen. Also erstens, mir liegen Kinder und Senioren sehr am Herzen. Das war von Anfang an so. Also ich finde auch sehr schade, wenn das Wissen und die Erfahrungen von den älteren Generationen einfach untergehen, verloren gehen. Man lebt heutzutage wenig unter einem Dach. Einige Generationen. Und ich finde das bereichernd auch für unsere Familie. Ich weiß, wie es wird. Ich hoffe, dass ich mich fügen kann. Ja, das erkläre ich dann auch noch, wo sie das herbekommen ist. Medikamente, Arzttermine, Anträge für Pflegemittel. Die Sozialpädagogin Heike Schaal gibt den Gastfamilien die professionelle Unterstützung, die sie brauchen. Denn aller Anfang ist schwer. Am besten alles besprechen. Am Anfang einfach einander besser kennenlernen. Dann weiß man. Weil am Anfang ist ja alles fremd. Ah ja. Es ist ja alles Neuland, nicht? Für beide Seiten. So, jetzt haben wir viel geklärt. Ich denke, jetzt gucken wir einfach mal, dass Ruhe reinkommt. Dass er sie vielleicht auch hinlegt. Ich werde sie im Laufe der Woche auf jeden Fall nochmal anrufen. Also, Freitag komme ich wieder. Und wenn irgendwas ist, rufe sie an. Okay? Also, vielen Dank. Schönen Abend miteinander. Und wie war jetzt so der erste Tag? Der Eindruck? Gut. Aber ich denke, anstrengend. Er war jetzt ziemlich erschöpft, glaube ich auch. Es ist gut, dass wir jetzt gehen. Aber es gibt halt oft viel zu regeln. Und ich möchte auch, dass es gut und optimal für alle ist, der Start. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich denke, jetzt müssen die mal zur Ruhe kommen. Und dann geht das schon. Und dann geht es weiter. Heike Schahls Fachdienst nennt sich Herbstzeit. Das Büro ist in Offenburg. Ja, alle Späterwaren wie immer. Jeder neue Einzug wird im Team besprochen. Kreuzberg? Kreuzberg. Schau mal, Heike. Da die Urinflasche aus dem Sanitätshaus. Ja, super. Hätte geklappt. Ja, wunderbar. Alle denken mit. Herbstzeit ist eine gemeinnützige GmbH. Tätig in der Ortenau und dem Landkreis Emmendingen. Eng vernetzt mit Sozialhilfeträgern und Landratsämtern. Qualitätssicherung ist oberstes Gebot. Der Austausch im Team dabei ganz wichtig. Also zum einen lernt man aus jedem Fall, weil jeder Fall ist neu. Und es kommt wieder was dazu, wo jeder sagt, das kann ich im nächsten Fall gebrauchen. Dann geht es auch darum, da man die Bereitschaft rundherum wechselt habe, dass auch alle Bescheid wissen. Und ich denke, es ist auch ganz gut, wir sind ein kleines Team und arbeiten eng zusammen, sodass jeder auch mal einspringen könnte. Oder mal noch eine Idee hätte, man könnte da noch was oder dort noch was. Oder man übersieht ja manchmal auch was im ganzen Trubel und dann können die Kollegen auch mal noch was ergänzen. Neue Familien werden immer von zwei Mitarbeitern ausgesucht. Ist die Probezeit vorbei, schauen Heike und ihr Team alle drei Wochen nach ihren Familien. Über 40 sind es aktuell. Jetzt fahren wir in den schönen Kinzigtal zu der Familie Fehrnbacher. Die wohnen so ein bisschen außerhalb auf dem Hof. Und das finde ich eine ganz tolle Familie, weil es eine Tradition gibt. Das heißt, die Mutter von der Frau Fehrnbacher hat auch schon immer Bewohner oder Bewohnerinnen von uns. Die junge Familie hat gerade erst neu gebaut und mittlerweile zwei Bewohner. Mit deren Hitz, gell. Hallo Herr Heid. Hallo Frau Böhrl. Hallo Fehrnbacher. Und Herr Heid, wie geht's Ihnen? Gut, mir geht's heute wieder. Meine Knie. Wenn Sie Schmerzen haben? Schmerzen. Fisiotherapie. Dieter Heid hat zwei Knie-OPs hinter sich und immer noch Schmerzen. Die Privatversicherung des ehemals selbstständigen Schneidermeisters zahlt viele Therapien nicht. Auch Jenny Fehrnbacher ist enttäuscht. Nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Es ist sehr frustrierend, wenn es einem Geld klemmt, dass es Ihnen nicht besser geht. Gut, ich habe noch vielleicht eine gute Nachricht für Sie. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute ist. Müssen wir erst mal messen. Wir haben ein Bett gestiftet oder gespendet gekriegt. Ein sehr gutes Bett mit einer guten Matratze. Das ist ein Seniorenbett. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen ins Zimmer passen wird. Das müssen wir messen, das weiß ich auch nicht auswendig. Heike Schahl und ihr Team sind kreativ im Umgang mit dem Mangel. Viele ihrer Bewohner haben eine knappe Rente. Die Verhandlungen mit den Pflegekassen um Dinge wie ein Pflegebett für Herrn Heid, ein zäher Kampf. Dabei kostet die Betreuung im Herbstzeitmodell nur halb so viel wie im Pflegeheim. Das wäre noch ein bisschen mehr, weil ja der Rahmen noch dazu kommt. Ja, das geht. Das geht gut. Ja, das ist eben ein Senioren-Pflegebett, kriege ich sicher eins genehmigt. Und dieses Seniorenbett hat eben auch eine elektrische, also kann man auch Matratze hoch machen oder so. Und wenn man dann das Kopfteil hoch machen kann, ich glaube, kann man sogar die Füße hoch machen und so, dann können sie auch besser aufstehen. Heike Schahl nimmt sich Zeit für ihre Familien. Die haben Sie selber genäht? Ja. Man sieht, es ist kein Etikett drin. Und, werden Sie sich das heute noch zutrauen? So ganz von vorn her nicht. Ja? Ja. Wenn Sie vielleicht anfangen, kommt das Wetter. Maria Bösch wohnt seit letztem Dezember bei den Fehrenbachers. Mehr als zwei Bewohner pro Familie vermittelt Herbstzeit nicht. Es soll ja familiär bleiben. Was machen Sie? Basteln. Sie basteln immer so schöne Sachen. Ich habe jetzt gerade noch mal gesprochen mit der Frau Fehrenbacher, wenn Sie in Urlaub sind. Ich werde jetzt mal, Sie gehen ja immer gern zu Heidi und da werde ich jetzt noch mal nachfragen, wann es geht. Weil Sie sind ja noch ein bisschen flexibel mit dem Termin und dann gucken wir einfach. Wie ist das mit dem Urlaub? Welchen Anspruch haben die Pflegefamilien? Wie läuft das? In 28 Tagen Urlaubsanspruch, beziehungsweise wir nennen es bewohnerfreie Zeit. Also das heißt, die Familie muss auch nicht weggehen. Die kann jetzt einfach so, Familie mit Kindern, kann jetzt auch einfach mal sagen, eine Woche möchte man einfach mal allein und mit den Kindern was machen oder so. Wir gehen eine Woche weg im August und da ist der Herr Haid dann bei seiner Lebensgefährtin und in der Zeit geht Frau Beischung auf der Heidi. Also, dann Grüße an Ihre Tochter. Heike Schahl muss sich um 1000 Details kümmern und schon wieder weiter. So, tschüss Herr Haid, machen Sie es gut. Wir bleiben, um noch ein wenig Alltag mitzuerleben. Und, ist auch geschafft. Jawohl. Jenny Vierenbachers Mann Markus kommt von der Arbeit. Beide kommen aus Großfamilien. Ja, hallo. Ich geh mal zum Tieren, hab ich's trinken. Ich muss wagen sie. Aber kein Bier, gell? Nein, wir trinken. Dass eine Wohnung im neuen Haus barrierefrei wird, war bewusst geplant. Wie immer, wir haben lustige Technik rausgefunden, wie es am besten geht. Für später, für die Eltern und vorher eben für Herbstzeitbewohner. Jenny ist Sozialpädagogin, momentan aber in Elternzeit. Maria, die Linne ist gekommen, die kleine Friseuse. Etwa 1000 Euro pro Monat erhält eine Familie für den Unterhalt eines Bewohners. Wird er noch gepflegt, kommt das Pflegegeld obendrauf. Und dann kommt das Wasser. So. Und wir sehen hier ja schon den Stock. Dann legen wir das mal da hoch. Man kriegt da aus verschiedenen Töpfen auch Geld einfach. Allein schon Mieten, Verpflegung, solche Dinge. Und auch bei Pflegestufen dann das Pflegegeld. Das ist schon auch eben hilfreich, wenn man halt auch gebaut hat. Klar, die finanzielle Seite darf man nicht vergessen. Aber nur wegen dem Finanziellen braucht man das nicht zu machen. Also man muss wirklich dafür leben. Oder das auch gern machen. Weil man wird nicht reich davon. Und das ist ja so. Dieter Heidt hat seine alte Nähmaschine von zu Hause mitgebracht. Maria Bösch schreibt leidenschaftlich gern Geschichten. Jenny unterstützt sie. Genau, das würde ich noch nie machen. Und das ist alles so, wie es auch wirklich war. Ich finde das sehr schön. Die beiden Bewohner haben sich gut eingelebt. Sie gehören schon auch zur Familie. Genau. So eine Zusatz-Oma, Zusatz-Opa oder Zusatz-Tante, Zusatz-Onkel. So in die Richtung zählen sie für Lin. Dieter. Ja. Dieter ist für die Kekse zuständig. Maria schreibt Geschichten für Lin. Und das da? Lin? Ja, Schutzengel Anna. Ja. Da hätte er jetzt auch auf dich aufgepasst. Gell? Die richtigen Menschen zusammenzubringen. Heike Schahl hat dafür ein Händchen. Jetzt fahren wir zur Familie Giovanoni. Das ist eine Französin. Und die hat zwei Bewohnerinnen von uns. Das eine ist eine Frau, die hat sie jetzt schon ein paar Jahre. Das war eine Frau nach Schlaganfall. Und dann hat sie noch eine zweite Bewohnerin inzwischen. die eine Suchtproblematik hat. Josiane Giovanoni hat jahrelang Pflegekinder großgezogen. Dann hat sie sich für Herbstzeitbewohner entschieden. Sie hören Sie nett hier in der Sonne. Guten Morgen, Frau Linda Maria. Guten Morgen, Frau Giovanoni. Guten Tag, guten Morgen. Frau Kaiser, wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Ihnen geht es gut? Ja, ich komme mit der Josiane äußerst klar. Und auch so das Umfeld. Und ich meine, aufgrund meines Alkoholproblems habe ich mich wieder so weit gefestigt. Und ich will auch nicht mehr zu dem Bier greifen. Also ich fühle mich wohl. Und das ist auch kein Problem. Sie müssen auch gar nicht gucken, dass sie sich irgendwas heimlich kauft. Das ist jetzt echt so stabil. Jetzt auch schon lange Zeit. Sie haben auch, glaube ich, gar keine Angst. Also ich brauche nicht Angst haben. Ich kann in mein Fitnessstudio gehen. Ich lasse die beiden alleine. Ich mache das, was ich machen muss in der Früh. Und dann denke ich ein bisschen an mich. Also wir müssen jetzt mal noch sprechen, wegen Ihrem Antrag auf orthopädische Schuhe. Da kam jetzt ein Ablehnungsbescheid. Ich muss gerne mal gucken. Man kann innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Ja, und ich denke, man sollte nichts unversucht lassen, dass man vielleicht nochmal Fortschritte erzielen kann. Wäre ja gut. Also mir ist egal, ich kämpfe für Sie. Und Sie kämpfen auch, gell, miteinander. Mit 57 hat ein Schlaganfall Elvira Lindenmeyer aus dem Alter gerissen. Sie landete im Altenheim, saß im Rollstuhl. Seit sie hier ist, kämpft sie, auch mit der Treppe. Gerade ist der Lifteffekt. Entweder gehe ich kaputt oder du, gell. Hoppla. Und jetzt auch noch Angstzustände dann. Sie hat schwer zu schnaufen. Und jetzt gebe ich ihr gleich seine Spray. Auch noch Asthma. Der Treppenlift muss schnell repariert werden. Denn das Zimmer hier oben ist ideal, weil sie mittlerweile alleine ins Bad nebenan kann. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die war am Anfang so faul, dass wir ein Klo gebracht haben neben das Bett. Und die hat mit mir den Clown gemacht. Am 2 aufgewickt. Am 4 aufgewickt. Weil ich so viel, wie sagt man denn, beduttelt habe. Und so, oh, die Arme und, und, und. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Aber war das richtig, dass du so eine Ansage gemacht hast? Ja, ja. Musste sein. Warum? Das habe ich ja auch gesagt, weil ich das ab und zu mal brauche, dass ich es kommen kriege. Dass ich wieder weiß, wo ich daheim bin. Oder? Rau, aber herzlich. Josiane Giovanoni bringt ihre Bewohnerin auf Trab. Ich bin so wie so eine Kokette. Du kannst ruhig mal dich wieder rasieren, gell. Mach mal einen Tötenmunde. Ich finde, das ist wichtig, dass eine Frau sie ein bisschen, das machen sie doch auch, gell. Ein bisschen schön machen. Für sich selber, nicht für die anderen. Für sich selber. Normaler Familienalltag hält fit. Auch darauf baut das Herbstzeit-Modell. Darfst du mir das Hempf machen? Die haben ... Äh, Elvira soll ... Mal mit so einer Hand arbeiten. Ja, eben. Äh, da merkt ihr ihr keinen Gefallen damit. Schneiden kann man. Josiane fordert und fördert ihre Bewohnerinnen erfolgreich. Siehst du, wie das geht? Sie sind schon streng mit ihren beiden. Ja. Ich meine es ja nur gut. Und ich muss halt üben mit dieser Hand. Weil das war so schlimm, das war wie tot. Und jetzt kriegt sie schon den Arm so. Und früher hat sie es nicht mal so gekriegt. Also ich denke mal so, das ist die Eigenart und die Besonderheit und die Stärke von der Frau Giovannoni, dass sie so einen Ton hat. Und ich glaube, die zwei können damit ganz gut umgehen. Wieder mal hat Heike Schaal die Richtigen zusammengebracht. Ich finde es einfach auch eine tolle Arbeit. Ich ... Da liegt mein Herzblut drin schon immer. Weil es ist einfach so toll, auch wie sich Leute engagieren. Es muss ja auch so eine Win-Win-Situation sein. Es ist ja nicht nur, dass der alte Mensch profitiert, sondern auch die Familie profitiert. Die kriegt Anerkennung, die haben eine Beschäftigung, die ihnen Spaß macht, die verdienen was dazu. Und es hört ihnen auch jemand zu. Wir kommen ja auch regelmäßig, wir arrangieren alle so. Heike Schaal und ihr Team sehen sich als professionelle Partner ihrer Familien, knüpfen das Pflegenetzwerk. Hallo, Maria. Hallo. Ich heiße in Hasel wie bei uns. Maria Bösch kommt vom Gruppentreff. Zweimal die Woche geht sie zur Caritas im Kinzigtal. Auch Dieter Heid wird es demnächst ausprobieren. Das entlastet die Familie. Aber nun haben wir noch gesungen. Oh Dieter, schön esse ich gern. Schwarze noch viel lieber. In den Kindergarten geh ich gern. In die Schule kenn ich's. Alle Tage lieber. Also momentan ist es gerade sehr harmonisch. In Bezug auf Maria, ihrer geht es echt gut. Aber wir haben auch schon andere Zeit. Ja, wenn ich halt Depression habe, das ist dann schlimm. Das ist ... Wie ich wieder im Kopf, sagt man. Das sind Depressionen. Also auch wenn sie dann depressiv ist. Ja. Und nur im Bett liegen will. Und ich gebe ihr so in anderen Strichle mal ein Tritt. So ein bisschen, Maria komm jetzt. Kannst du noch eine Stunde liegen bleiben, aber dann stehst du wenigstens zum Essen. So, obwohl die nichts ist. Und dann ... Und dann sagt's im Nachhinein, hess' ja recht, kid. Großfamilienalltag. Wenn Ehemann Markus, Vater und Schwiegervater am Wochenende Holz machen, geht Jenny Fehrenbacher mit allen zum Festspann vorbei. Langweilig wird es hier keinem. So kann ein Leben im Alter auch aussehen. Eine gut funktionierende Wahlverwandtschaft. Das Herbstzeitmodell soll keine Konkurrenz zum Pflegeheim sein, sondern eine Alternative. Maria wird schon noch an den Tisch, denke. Maria Bösch ist selbst Oma und vierfache Mutter. Ihre Kinder und die Fehrenbachers kennen sich. Und alle sind zufrieden mit dem Arrangement. Ich hab schon immer gesagt, dass ich niemand von den Kindern zur Last fallen will. Jenny und bei Markus und bei Delin, da fühl ich mich aufgehoben. Und da wollen sie auch bleiben? Ja. Beim Dieter auch. Aber Jenny, die Sorge halt für uns, gell. Also, jetzt mir für uns als Familie sagen, wir müssen gucken, dass wir nicht nur zusammen und uns ein bisschen abgrenzen. Und es tut auch ganz gut, zu wissen, dass die zwei zu zweit sind. Ich denke, wenn jetzt da jemand allein ist, ist dann doch noch mal schwieriger zu sagen, ach, jeder abends allein festspann. Aber dadurch, dass wir wissen, es sind zwei, ist ja auch mal bestimmt auch schön für die zwei allein. Zum Wohl. Abends festspann die beiden allein. Die junge Familie oben in ihrer Wohnung. Morgens und mittags alle gemeinsam. Grundsätzlich gilt, alles wird offen und ehrlich besprochen. Guten Appetit. Ja. Hallo. Wenn Heike Schaal abends aus dem Büro oder von ihren Gastfamilien kommt, ist meist noch lange nicht Schluss. Schmidt kriegt zwei Stück. Schlaganfall mit Verdacht auf Schlaganfall. Das kann, dass Schmidt kriegt. Heute war irgendwie ein heftiger Tag. Hast du das Fax gekriegt, die ich angerufen habe wegen dem Liefer? Genau. Ihr Mann Clemens Jörger arbeitet auch bei Herbstzeit. Er betreut den Landkreis Emmendingen. Und wann ist Feierabend daheim in Kippenheim? Ein Stück weit machen wir ja auch das oder wollen das machen, was wir von unserer Familie erwarten. Die lebe ja diesen Alltag auch 24 Stunden miteinander. Und dann können wir nicht andererseits sagen, wir sind um 17 Uhr Feierabend. Und wenn ihr dann noch was wollt, dann guckt einfach, wo er bleibt. Aber das passt. Das passt für uns. Genau. Die beiden Sozialpädagogen sind mit Leib und Seele dabei. Sie erleben immer wieder Überraschungen. Wer zu wem passt und was alles funktionieren kann. Am Anfang haben wir auch so Familie ausgewählt. Immer so nach dem Gesichtspunkt, würde ich da gerne wohnen. Darum geht's gar nicht. Die Menschen sind so unterschiedlich. Da muss auch nicht immer ein geschleckter Haushalt sein oder so. Weil das sind ja auch die Bewohner so unterschiedlich. Und die müssen miteinander können. Und darum geht's. Hallo, guten Abend. Besuch bei Familie Weiß. Heike Schaal hat mehrfach mit Oksana Weiß telefoniert. Denn Karl-Heinz Kreuzberg war kurz nach dem Einzug vor drei Wochen erst mal krank. Hallo. Oh, ein Wissensspiel. Und es gibt noch einen freien Stuhl. Oh, 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 oh. Soll ich mir jetzt hier blamieren? Dann sind Sie nicht alleine. Dann sind Sie nicht alleine. Mittlerweile ist der 92-Jährige wieder gesund. Das Probewohnen vorbei. Wie haben sich beide Seiten entschieden? Wie haben sich beide Seiten entschieden? Und das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist alles ein bisschen beengter, als ich daheim gehabt habe. Und das ist noch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wir sind auf den Wege dahin. Ich habe das Gefühl, die sind schon noch am sich finden. Sie gehen noch sehr höflich miteinander, was ja sehr schön ist. Aber so ein bisschen merkt man so, die ganze Entspanntheit, diese Gelassenheit ist noch nicht so da. Bei Josiane Giovanoni ist man längst ein eingespieltes Team. Heute geht es von La hinaus ins Grüne. Elvira Lindenmeier ist stolz über jeden Schritt, den sie mittlerweile wieder selbstständig gehen kann. Nick Kreuzer ist der Lebensgefährte von Josiane. Wenn er frei hat, hilft er mit. Zum Beispiel als Chauffeur. Als Gastfamilie kann sich jeder bewerben. Egal, ob man Single, Paar, Patchwork oder Großfamilie ist. Da ist auch noch eine. Was machen sie jetzt, die zwei miteinander? Für ältere Menschen, die nicht mehr alleine leben können, eine echte Alternative, die es bisher nur hier in Baden gibt. Ich bin ja vom Altersheim direkt geärg, wo man dann und der Vergleich ist, also vom Altersheim, wenn du dann so jung bist, gell, und dann nur die älteren Leute, bis du da mal jemand gefunden hättest, mit wem du reden hättest können. Mittlerweile ist sie so gut drauf, dass sie eigenständig runterkommen kann, in Garten sitzen. Von Alltagsbetreuung bis zur Komplettpflege. Was eine Gastfamilie leistet, ist ebenso unterschiedlich wie die Bedürfnisse der Bewohner. Es muss nur passen. Ich kann nicht alles machen. Das gebe es einfach zu. Aber das passt gerade gut. Es sind wie zwei Freundinnen, wo bei mir wohnen halt. Es ist also genauso, wie ich es irgendwie mir vorgestellt habe. Und ich bin froh, dass ich da bin. Also schon WG. Aber wir verstehen uns, oder nicht? Teils, teils. Teils jetzt. Teils jetzt. Ja, das passt schon. Ich hoffe, dass die mir lange noch bleiben. Hallo. Heike Schahl macht heute einen Gastfamilienbesuch in eigener Sache. Hallo. 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 Familie Markstahler betreut ihren Schwiegervater. Hallo. Guten Morgen, Heike. So. Und? Wunder. Wunder. Wunder, ja. Und du? Was muss ich? Was ich muss muss ich, gell? Schmerzen habe ich jetzt nicht mehr so arg. Okay. Seine tue ich ja nichts mehr. Seine tue ich nichts mehr. Der 90-jährige Josef Jörger ist bei Silvia Markstahler in erfahrenen Händen. Sie ist schon lange bei Herbstzeit aktiv und gibt den alten Menschen das Gefühl, daheim zu sein. So, gut. Jetzt gucken wir mal noch im Zeh. Ist es recht? Zuvor hat sie Josef Jörgers Frau betreut. Sie war dement. Bis zu ihrem Tod hat Familie Markstahler sie bei sich zu Hause gepflegt. Und dann war es so, dass der Herr Jörger dann auch intensiver Hilfe gebraucht hat und dieser Platz ja frei war und er hat sich dann spontan entschieden. Und wir haben uns eigentlich ganz arg gefreut, dass er, er sagt immer, seine Frau hat ihm den Weg gezeigt hierher. Ich möchte gerne da sie. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich hier einen guten Platz habe. Und Sie haben dann nie großen Vorwurf gehört von anderen, die gesagt haben, jetzt machen Sie da so ein Sozialunternehmen, Herbstzeit und die eigenen Eltern geben Sie weg. Doch, natürlich. So was kommt. Aber dann sage ich immer, wir arbeiten viel und arbeiten gern. Die Familie Markstahler hat Zeit. Und ich denke, genau das braucht, das braucht die Zeit, das braucht die Muse. Man kann mit mehr älteren Menschen immer sagen, zack, zack, ich muss zur Arbeit, mach mal. Und ich denke, es kommt den alten Menschen zugute, wenn jemand sagt, ich habe die Zeit und will das gern machen und quetscht das nicht noch irgendwo rein. Für uns ist das ein super Engagement. Es muss jede Familie für sich selber entscheiden. Es bleibt jedem überlassen, ob er das machen will oder nicht. Und ich sage jetzt mal Tschüss. Heike Scharls Herbstzeit. Eine Möglichkeit, auch im Alter mittendrin zu sein. Im Alltagsleben. Okay, dann sage ich jetzt mal Tschüss. Alla, dann gehe ich wieder. Jetzt habe ich gesehen, es geht ja gut. Tschüss, ganz schön. Tschüss für Scharl. Mach es noch an die Andere, gell? Ja, Alla, tschüss. 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 Tschüss.